Fotografieren ist heute schon fast eine Mode geworden. Durch die neuen Kameras wird viel fotografiert. Es ist auch ganz einfach, denn man kann draufdrücken, wegklicken, löschen oder man kann die Bilder digitalisieren. Viele gute Fotos landen dann einfach in irgendeiner Fotokiste. Auch hier in Raßfeld-Erle gibt es wunderschöne Motive, die man mit der Kamera festhalten kann. Nur was machen wir mit diesen ganzen Fotos? Die Kisten sind voll, die Festplatten sind voll und keiner bekommt sie mehr zu sehen. Da ist bestimmt das eine oder andere Schätzchen dabei. Nur wer will das überhaupt sehen? Schnee von gestern, denken sich viele. Und gerade hier in Erle gibt es so viel zu fotografieren, was auch wirklich lohnenswert ist. Ob es die Feemeiche ist oder jetzt die dicken bunten Kugeln am Weihnachtsbaum vor Brömmel-Wilms oder der Ständebaum. Es kommt einfach immer nur auf den richtigen Blickwinkel an. Jetzt hat die Volksbank Erle sich etwas ausgedacht. Fotos. Ganz viele Fotos möchte die Volksbank Erle sammeln. Und das für einen Zweck, der bestimmt viele Menschen erfreuen wird. Denn hier kann man richtig was gewinnen. Wir haben zusammen mit dem Ortsmarketing und der Arbeitsgruppe, der Untergruppe Wir in Erle darüber nachgedacht, was man in den dunklen, grauen, tristen Wintertagen, wie sie ja sind momentan vom Wetter her, Farbe in den Ortsteil Erle bekommen können. Und haben die Idee geboren, einen Fotowettbewerb auszurufen über den Ortsteil Erle mit der Überschrift Wunderschönes Erle. Da geht es darum, dass wir die Erle Bürger und eventuell auch die Raasfelder und Humoraner auffordern, schöne Fotos zu machen oder auch in Schatzkästchen zu kramen, Fotos rauszusuchen, die sich auf Erle beziehen. Was können die Leute denn überhaupt fotografieren? Also die Gegenstände sind völlig offen. Das können Gebäude sein, das können Menschen sein, Situationen, irgendwelche schönen Sonnenuntergänge, wie auch immer. Also das ist völlig offen. Wir haben zwei Kategorien, einmal für die Profis und einmal für die Hobbyfotografen und danach werden auch die Preise ausgelost. Wir haben jetzt ja demnächst die Plakate komplett in den Geschäften und Flyers ausliegen, da stehen die Details auch noch drin. Da kann sich jeder anmelden, maximal drei Fotos pro Teilnehmer. Es soll sich nur um den Ort Erle drehen, also um das wunderschöne Erle. Das ist einfach die Grundvoraussetzung dafür. Mal ein Vorschlag, wenn Sie jetzt eine Kamera in der Hand hätten, was würden Sie als erstes fotografieren? Was würde ich als erstes fotografieren? Ja, ich würde sicherlich die Highlights in Erle fotografieren. Fehm, Eiche, Kirche und Co. Es gibt ja auch Preise zu gewinnen. Ja, ein Highlight neben dem ersten Preis für die Hobbyfotografen zum Beispiel einer Fotoausrüstung in Höhe vom Wert von 500 Euro und den Gastronomie-Gutschein aus Erle wird sicherlich sein, ein Gutschein für eine Fotosafari mit dem Erle-Fotografen Heinz Nienaus, der dann den Gewinner an die Hand nehmen wird, mit ihm fototechnisch in die Landschaft zieht, Erle Heide oder ähnliche Gebiete und ihm zeigen wird, wie fotografiert wird und wie lange man vielleicht für das ein oder andere Foto auch mal ansitzen muss, wenn man sich seine Fotos anguckt. Das wird, denke ich, eine ganz tolle Geschichte werden. Das wird, denke ich, eine ganz tolle Geschichte werden.